so auf geht's Runde 2 ich hoffe mal dass wir jetzt mutierte Dinos sehen so jetzt das sah nice aus natürlich war das hat er hat er hat er hat er hat er war und warte mal ich musste mach ich die mission ich weiß es nicht ich glaube auch die explosion war neu das saß es ach nee warte mal wenn ich das ja mache kommt ja glaube ich der t-rex oder war da nicht was so wo bist du oh nein ich glaube da ist ein dino da ist er was du drei schüsse sichere die kommando zentrale abgeschlossen doch kein t-rex aber ich glaube ich geht trotzdem hier runter ja weil da vermute ich doch ein bisschen mehr die mutige version ich wollte gerade sagen was den skin habe ich denn mit meiner waffe aber das blut hat da gerade jemand ich hab deinen arsch getroffen sag mal also bin ich hier jemals durchgegangen sieht ja richtig episch aus ich glaube hier bin ich noch nie durchgegangen es soll ja auch nicht sicher sein dinosauriasi kreed ekelhaft er fest ist an oh warte mal was haben wir denn hier server aufheben ah guck mal das sehr schön genau den den ich brauche server 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 i don't care komm herr dein arsch mit mir oh nein stirbt da jemand oh ja weil mir ein revolver einfach zu krass ist träger abgeworfen träger abgeworfen why hey hey spiel stopp danke so nochmal einsammein server mit mir ja dann pack es noch rein man oder geht es nicht weil die dinos noch hier sind stirb danke ah tatsächlich weil dinos in der nähe waren konnte ich konnte ich es nicht abgeben das ist auch recht neu nice so wir müssen südlich ja oder okay warte mal hier hier ist auch rot das heißt wir gehen da lang oh wie schön oh es ist aber neu das sieht voll schön aus oh mein chat ist nur im schlafen oh la la ich kann nicht gut bitte werfen steh auf steh auf steh auf steh auf jürgen danke So, davon brauche ich jetzt zwei, das war ja so ein Knopfending und von dem anderen vor hier auch noch ein das nehmen wir noch mal mit so was haben wir hier ach so das nehmen wir mit jetzt danke so das war Nummer Nummer zwei was ist das nicht wundern warum ich anvisiere soviel ich weiß ist das stärker das macht mir Schaden dadurch trotzdem wo soll die mutierte Version sein ich sehe niemanden gleich heißt dann nachkampf Jürgen eben gleich keine Munition das hört sich gut an oder ich dachte es wäre ein Schreck oder so wieder so wieder zurück die restlichen Höhlen erledigen abhauen und ihn suche ich guck mal ich glaube nächste Mission absolviert ist so Jürgen gibt es der Höhle Schade dass man sich da nicht reinsetzen kann zu dattern war auch jetzt brauche ich noch einen Knochen trike Knochen trike ne ich muss da lang oder ja ich muss hier hin oh guck was da ist hier ich wollte gerade sagen waren das jetzt zwei Alpha Raktoren was steckt er sich hinter dem Baum nur weil er so dürr ist so einfach schnell abhauen kaum beeilig danke nee nicht Osten wir wollten ja Westen aber hier muss doch irgendetwas sein zumindest das was ich gebrauchen kann die haben hier hingeschissen die Dinosaurier okay das tut es für dieses Camp großartig oh mein schöner Revolver ist wieder ready geil hier gibt es auch so eine Mission sichere den Ort ach stimmt die Militäranlage oder was es auch immer ist oh da bist du bitte warte 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 tot was nicht tot ich schieße da schon drauf wie so ein Vollidiot ja klasse ja na komm Anki Anki stirbt noch nicht jetzt aber der hätte aber ordentlich verloren heilige Scheiße zu viel hat er noch nie verloren und immer schnell einsame Leute die spawnen ok also die Umgebung hier muss ich definitiv saven so kurz hin platzieren kurz ein bisschen im Kreis laufen den töten jetzt sondern durch mehrere kommen ist kein Problem kurz im Kreis oh das hat sich mal gar nicht gelohnt aber das oh 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 gun yo Glückwunsch Session 3 Session so was ist. Ah, okay, da sind noch Fächer. Oh. Okay, sehr schön. Haben wir geschafft. Da backt gerade ein Dino einfach mal unten rum. Soundfehler. Ignorieren wir jetzt einfach mal. Stimmt, warte mal. Da kam man nur durch die Höhle. Da wollen wir aber nicht hin. Hier kann man noch hoch. Ich weiß zwar nicht, wo wir da hinkommen, aber probieren wir jetzt aus. Hier war ich glaube ich noch nicht. Shuttles reparieren oder Föhn zerstörten? Ne, freundlich. Wo ist er? Wo ist er hingeflogen? Ah, Hauptsache es ist tot. Gut. So, das haben wir auch. Und hör auf dich weg zu porten. Danke. So, einmal heilen. Dann Munition mitnehmen, Ausrüstung mitnehmen und weiter geht's. Was soll das denn? Ähm. Hallo. Ja, vor allem, was war das hier gerade für ein Geballere? Wo kam das jetzt hier? Ja, es kam glaube ich von hier drin, oder? Ah, okay, ihn nehmen wir mit. Ich glaube, der ist stärker geworden. Normalerweise habe ich ihn locker mit einer C4 Ladung eigentlich den Arsch aufgerissen. Immer und immer wieder. Der hält einiges mehr aus. Das ist neu. Das hat er sonst nie geschafft. Nie. Gerade, wenn ich die blaue Stelle getroffen habe. Aber trotzdem, wo kam... Ah, wo kam der Knall her? Wo kam der Knall her? Hm. Hat sich zumindest so angehört, als würde es hier gleich um die Ecke sein, aber... Was ist das? Ach, nur ein Felsen. Sieht immer ein bisschen komisch aus. Ich glaube, ich geh mal hier rüber. Bloß nicht runterrutschen. Tun mir bitte den gefallen. Ich glaube, ich laufe direkt. Komplett. Oh, warte mal. Vielleicht kommt man hier noch gar nicht lang. Aber bisher sieht es gut aus. Schatzsucher. Ey, Leute, das war ein Special Egg. Nice. Jetzt aber los. Geil. Cool. Also. Habt ihr gesehen? Da ist ein Special Egg. Genau. Ja. Speziale. Ja. Fuck. Fuck. Okay, passt noch. Nicht. Oh, doch. Na, easy. Das wusste ich doch. Oh, ich glaube, der lebt nicht mehr. So, wie komme ich hier hoch? Anscheinend durch die Höhle. Dann machen wir das mal. Also. Hier auch nochmal Ups Aber das gerade gar nicht gesehen Gehen wir hier rein? Ja, ne? Sieht sehr gemütlich aus Nicht, dass ich wieder den gleichen Weg zurückgehe Weil es zur Militärbasis ist, aber ich glaube, das ist so Okay, doch nicht Ah, da ist ein T-Rex Töten oder nicht töten? Was meint ihr? Chat Der ist weg Willst du eigentlich ein T-Rex sein? Aber irgendwie Töte den T-Rex Nö Ich glaube, der hat Angst Der will nicht Oder ist unter mir vielleicht eine Höhle Das kann auch sein Ich glaube, das machen wir Ich versuche es ja gerade Aber wir spielen das Achso, warte Äh, so So, dann zeig mal her Wo ist der Flugschreiber? Da lang Okay Der ist wahrscheinlich hier oben drauf Ja, siehste, sag ich doch Ich sag's ja Revolver Ohne Scheiß Warte 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 Ist so Arm abgeschossen Weg Weg mit dich Da können wir abhauen Jetzt ist natürlich die Frage Hauen wir schon ab Denn das, was ich Befürchte ist, dass ich hier Nicht das finde, was ich finden möchte Ich glaube, wir gehen erstmal raus Ich hoffe, dass noch so ein Knochen-Track kommt Den ich erledigen kann Falls nicht Mal gucken Reparieren auch noch Komm, komm Und tschüss Nice Oh Oh Autsch Das tat sogar weh Hier Sehr gut angefangen Dachte, du wärst ein Pokémon Ja Ich wusste es Sehr schön Genau das, was ich brauch Nein Dreh dich mal um Dreh dich mal um Ich brauch dich Na los, komm Mein C4 Spackt wieder rum Ja genau Da lag auch mein C4 Wow Geil Da lag auch mein C4 Ja Ja Handgranaten Alle Handgranaten auf den Boden schmeißen Ausrüstung Okay Erstmal Erstmal abhauen Warte Oh Der Knochenbrecher wurde erledigt Nice Material einsammeln Sehr richtig Eigentlich von allen Die gerade gefallen sind Oh Cool Da ist ja noch einer Easy Oh Es sind sogar zwei davon Hey Was Oh Oh Wie geil ist das Ach fuck Das ist ein ganz normaler Na scheiße Vorsicht Vorsicht Plötter Danke Material schnell Bevor das verschwindet Danke Hä Wo Er hat's Nein komm herab doch Ey ich versuch grad Ja Hä Wo ist der Kleine hin Wo ist der Kleine mit dem C4 auf dem Kopf Wo ist er hin Nein Oh ich muss vorsichtig sein Wir haben noch einen Knochenbrecher da Der saß Mann ich komm nicht durch Ich führte gern aber Nö Da ist noch so einer Aber hier den Knochen dude Brauch ich noch hai die gescheiße war das close oh mein shuttle ist endlich da hey ja ein moment ich komme nicht durch los schnell ok jetzt noch einmal luft einmal luftangriff noch kommt einmal luft heilige scheiße ist wenn immer mehr so einfach doch runter springt nein oh mein gott oh mein gott ich glaube ich gehe ich glaube ich will lieber oh guck mal da steht so ein raptor auf dem raumschiff der fliegt jetzt mit da fliegt er und verdammt ich habe gedacht da kommt jetzt dieser k sound das wäre geil gewesen so 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 so